Servus beinahmt. Heute mal was anderes. Anderer Hintergrund. Anderes Thema. Und gleich vorweg eine Bitte. Meine Bitte wäre, nehmt euch mehr Zeit für andere. Hat natürlich einen Hintergrund. Heute war ich am Friedhof. Das Grab machen. Ich habe dort eine etwas ältere Dame im E.G. Weiger gesehen. Natürlich, ich bin gut erzogen. Ich grüße ältere Leute noch. Sie hat zurückgegrüßt. Dann ist sie vorbeigeschöpst, während ich am Grab gwergelt habe. Und dann kam sie mit einer Gießkanne zurück und hat mich noch mal gegrüßt. Mache ich natürlich auch. Und schwupp, hatten wir einen kleinen Smalltalk. Zwei, drei Minuten. Die Frau hat sich unheimlich drüber gefreut. Hatte ein ganz schönes Mitteilungsbedürfnis. Hatte einfach Hunger nach sozialem Kontakt. Genau das und genau so ist es mir vorgekommen. War für mich jetzt Grund, drüber zu sinnieren, wie die letzten Wochen abgelaufen sind bei mir. Ich hatte viel Arbeit. Ich habe diese Arbeit in der deutschen Art und Weise erledigt. Schnell, 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 hundertfünfzigprozentig. Ich habe zwar andere Leute gegrüßt und ich habe viele Leute gesehen. Aber ich habe nicht gesehen, ob sie mit mir reden wollten. Ich habe nichts gesehen in dieser Richtung. Ich war mit meiner Arbeit beschäftigt. Es wäre so einfach, anderen Leuten eine Freude zu machen, besonders den Älteren. Eine kurze Unterhaltung kostet nicht mehr als ein paar Minuten Zeit. Sollte sich doch der eine oder andere mal überlegen. Ich hoffe doch, dass es viele tun und zumindest ab und zu mal stehen bleiben. Freude bereiten ist eigentlich das Einfachste und Beste, was wir tun können. Danke. Und noch ein paar Minuten rein. Schnell, wenn du meinenner我要en, unserer Beществung angefangen wollen. Und jetzt habe ich noch eine große Wunder nicht gesehen. Ich habe ja auch noch etwas, was ich bin. Ich habe es gefallen. Ich habe nichts. Untertitelung des ZDF, 2020